Einen guten Morgen Ihnen hier im Hause und auch draußen sozusagen an den Empfangsgeräten, wie man früher mal sagte. Ich begrüße Sie zum langen Samstag am Hochfelder Dialog, der traditionell immer ganz arg vollgepackt ist. So ist es heute auch. Wir beginnen mit dem Vortrag von Herrn Prof. Dr. Anter. Dann folgt um 11 Uhr diese Podiumsdiskussion. Sie sehen hier vorne schon, das ist die Vorschau dazu. Es kommt natürlich noch ein Stuhl hinzu, weil es drei Personen sind, die miteinander sprechen und Sie natürlich eingeladen sind, mitzusprechen. Nachdem wir gestern Abend mit dem Vortrag von Frau Dr. Florin das Machtsystem Römisch-Katholische Kirche in den Blick genommen haben, wollen wir am heutigen Vormittag den Machtbegriff selbst in den Fokus rücken. Ist Macht oder Machtstreben etwas, das jedem Menschen angeboren ist? Oder ist es besser regiert zu werden, als selbst zu regieren? Ist Macht etwas Böses, vor dem wir uns hüten müssen, wenn wir als brave Christenmenschen nicht korrumpiert werden wollen? Sind Machtlosigkeit und Machtverzicht, zwei ja irgendwie bedeutsame christliche Vorstellungen, vielleicht die besseren Auktionen? Oder ist Macht einfach ein notwendiger Faktor, ohne den Institutionen wie Kirchen oder Staaten nicht existieren können? Antworten auf diese und weitere Fragen zur Vorstellung der Macht erhoffen wir uns von Prof. Dr. Andreas Anter. Er studierte Politikwissenschaft, Germanistik und Soziologie in Münster, hier in Freiburg und in Hamburg. Nach seinem Diplom 1988 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für politische Theorie an der Universität in Hamburg, wo er 1994 mit der Arbeit Max Webers Theorie des modernen Staates promoviert wurde. Max Weber, wir haben ihn gestern schon angeteasert bekommen, wird vielleicht heute noch eine große Rolle spielen. Anschließend war er sieben Jahre Literaturlektor und Programmchef des Reklamverlags in Leipzig. Nach Vertretungsprofessuren für das politische System Deutschlands in Leipzig und für politische Theologie, das ist ja mein Problem, der Theologe, politische Theologie, nein politische Theorie, in Bremen wurde er 2008 Professor für das politische System Deutschlands an der Universität in Leipzig. 2013 wurde er an die Universität Erfurt berufen, auf den Lehrstuhl für politische Bildung. Wichtige Monografie zum Thema Macht aus seiner Feder ist die Schrift Theorien der Macht zur Einführung, die sehr intensiv gelobt wird. Zu verschiedenen Ansätzen und verschiedenen Theorien der Macht, vielleicht werden wir auch heute einiges dazu hören. Und der Aufsatz Macht und menschliche Natur, der den gleichen Titel trägt wie der Vortrag heute Morgen in der Schrift Macht, aktuelle Perspektiven aus Philosophie und Sozialwissenschaften. Herr Prof. Dr. Anter hat in verschiedenen, ich sage das mal, in weitgehend religiösen Kontexten auch gesprochen, nämlich beim evangelischen Studienwerk Filixt und auch bei der Ringvorlesung der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Erfurt und zwar unter dem Vortragstitel Das Problem der Repräsentation und die Tücken der Demokratie in Staat und Kirche. Die Ringvorlesung hieß, kirchliche Rollenmodelle im Wandel. Sie sehen und hören, Herr Prof. Anter hat ganz viel zu sagen zu dem Thema, das uns beschäftigt und wir freuen uns auf Ihren Vortrag, den Sie überschrieben haben, Macht und menschliche Natur. Herzlich Willkommen. Vielen herzlichen Dank für die Vorstellung und vielen herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Tagung und die Tagung hat hier einen sehr kurzen Titel, nämlich Macht, aber dieser kurze Titel hat es wirklich in sich, weil dieses eine Wort Macht sehr viel von dem enthält, was menschliches Zusammenleben ausmacht und auch was die Probleme von menschlichem Zusammenleben ausmacht und der Befund ist ziemlich eindeutig, nämlich dass Macht ein unweigerliches Element von menschlichen Beziehungen ist. Also immer dann, wenn Menschen zusammen agieren, wenn sie sich treffen, dann entstehen Machtstrukturen und die These lautet, Macht ist ein Element der menschlichen Natur. Das bedeutet, dass wir selber mit im Spiel sind. Also wir betrachten nicht distanziert etwas aus einer Forscherperspektive, sondern wir sind selber Teil dessen, worüber wir sprechen. Deshalb werde ich in meinem Vortrag bei dieser Frage beginnen. Also warum sind wir eigentlich selber involviert? Dann zweitens zu der Frage kommen, warum Macht eine zweischneidige Angelegenheit ist, die auch sehr unterschiedlich bewertet wird. Ich will drittens aufzeigen, warum Macht nicht gleich Macht ist. Also warum wir verschiedene Formen von Macht unterscheiden müssen. Und viertens werde ich fragen, wo bleibt das Positive? Also mit anderen Worten, hat Macht nicht auch funktionale Seiten? Und abschließend wird es um die Frage gehen, kann man Macht entrinnen oder ist Macht überall? Damit bin ich beim ersten Punkt, also bei uns selbst. Wir müssen natürlich sagen, dass wir ständig mit Macht Fragen in Berührung kommen. Das beginnt bei ganz alltäglichen Begegnungen und ganz alltäglichen Situationen in der Familie, in Liebesbeziehungen, in der Gemeinde, in unseren Jobs. Also wir machen eigentlich doch häufig die Erfahrung, dass es Dinge gibt, die wir uns anders vorstellen, also wo wir uns fügen müssen. Und die Frage ist, warum fügen wir uns eigentlich? Oft verstören uns diese Erfahrungen. Und manchmal bemerken wir das erst im Nachhinein. Also erst im Nachhinein registrieren wir das, dass wir da unzufrieden waren. Und wir ärgern uns darüber, dass wir nicht schlagfertig genug waren und nicht rechtzeitig genug reagiert haben. Also insgesamt, wenn man so eine Bilanz ziehen würde, würde man sagen, die Macht hat eher einen schlechten Ruf. Machthaber unterdrücken. Andere Machthaber sind skrupellos. Machthaber führen Kriege. Und gleichzeitig muss man auch das Gegenteil sehen, die umgekehrte Rechnung aufmachen, nämlich dass Machthaber uns auch schützen. Und Machthaber dafür sorgen, dass wir in Sicherheit leben können. Dass wir nicht angegriffen werden. Wir sind oft von mächtigen Personen beeindruckt. Und davon, wie sie sich durchsetzen. Und manche kaufen sich auch Ratgeber, die uns zeigen sollen, wie wir uns besser durchsetzen können. Von solchen Ratgebern gibt es sehr viele. Und diese Ratgeber haben alle sehr hohe Auflagen. Woher kommt das eigentlich? Also Macht gehört zu den populären Themen unserer Gegenwart in den Sozialwissenschaften und sowieso in den Sozialwissenschaften. Es macht ein sehr präsentes Thema. Der britische Nobelpreisträger Bertrand Russell sagte schon vor 85 Jahren, Macht ist der Fundamentalbegriff in den Sozialwissenschaften. Und zwar im gleichen Sinne, indem die Energie der Fundamentalbegriff in der Physik ist. Das konnte er sagen, weil er gleichzeitig auch Naturwissenschaftler ist und das wissen musste. Das, was Russell gesagt hat, gilt heute natürlich genauso wie vor 85 Jahren. Das zeigt unsere Tagung. Das zeigen viele Workshops, Kongresse, Publikationen, Forschergruppen, Blogs, Kongresse. Also das ist etwas, was sehr präsent ist. Die Beobachtung, dass Macht in allen menschlichen Beziehungen steckt, wird in den Sozialwissenschaften eigentlich von fast allen geteilt. Und das ist etwas Überraschendes, weil in den Sozialwissenschaften ist so gut wie alles strittig. Aber an diesem einen Punkt sind sich eigentlich alle einer Meinung. Sind eigentlich alle einer Meinung. Also angefangen bei den sozialen Beziehungen, über die gesellschaftlichen Institutionen, in Schulen, in Universitäten, in Verbänden und Parteien, in Unternehmen und Kirchen bis hin zur internationalen Politik. Und man kann sich natürlich deshalb fragen, gibt es überhaupt machtfreie Räume? Ich komme auf die Frage später zurück. Wir alle denken über Machtfragen eigentlich nicht so intensiv nach. Jedenfalls nicht so lange, bis wir einen unmittelbaren Anlass haben, das zu tun. Meistens dann, wenn wir unter einem ungerechten Machtverhältnis zu leiden haben. In der Regel funktioniert die Macht geräuschlos und dringt auch nicht in unser Bewusstsein ein. Und das ist der Grund, weshalb Macht so erfolgreich ist. Sie ist umso erfolgreicher, je weniger sie bemerkt wird. Die erfolgreichste Macht ist die unsichtbare Macht. Worauf beruht aber dann die Fähigkeit, andere dazu zu bewegen, sich zu fügen? Und warum sind die meisten so leicht bereit, sich zu fügen? Die kleinen und mikroskopischen Prozesse, die kennt jeder und jede von Ihnen aus eigener Erfahrung. Also wenn man in einem Unternehmen arbeitet, in einer Behörde, dann stellt sich die Frage, wer bestimmt eigentlich, wer, wann, was, wem zu sagen hat. Warum funktioniert das eigentlich so gut? Also wenn Sie von Ihrer Chefin gebeten werden, irgendetwas zu tun, eine Aufgabe zu erfüllen, dann werden Sie das wahrscheinlich nicht als Repression empfinden. Trotzdem handelt es sich hier um eine Machtbeziehung. Und selbst wenn gar keine Anweisungen gegeben werden, zeigt sich das Machtverhältnis in winzigen Körperreaktionen. Und an dieser Stelle kommen die empirischen Wissenschaften ins Spiel, vor allem die experimentelle Psychologie und die Verhaltensbiologie und deren Studien zeigen, 40 Millisekunden genügen, schon hat der Mensch den Unterschied zwischen einem überlegenen und einem unterlegenen Blick erfasst. Etwas ähnliches haben Sie natürlich auch selber schon registriert. Also wenn Sie beobachten, Sie gehen auf dem Büroflur entlang und Sie sehen, wie ein Rang niederer, einem Rang höheren begegnet, dann passt der Rang niedere automatisch die Stimmfrequenz der Frequenz des Rang höheren an. Diese Anpassungsleistung kann man überall beobachten, auch wenn wir uns sie selten bewusst machen, denn es sind ja immer nur die anderen, bei denen wir das beobachten. Manche Verhaltensbiologen gehen hier sehr weit in die Geschichte zurück und setzen das menschliche Verhältnis ins Verhältnis zu dem Verhalten von Primaten, dem Sozialverhalten von Primaten, wie es der amerikanische Biologe und Neurowissenschaftler Robert Sapolsky aus Stanford in seinen Arbeiten tut. Arbeiten zu Rangordnungskämpfen zwischen Primaten, also zwischen Pavianen. Ich finde es generell problematisch, darauf Schlüsse zu ziehen, weil Menschen ja keine Primaten sind. Es wird jedoch vielfach getan und es werden Schlüsse daraus gezogen auf das Verhältnis von Macht und menschlicher Natur. Ich möchte noch einen britischen Hirnforscher und Psychologen anführen, Ian Robertson aus Dublin. Er nimmt hier eine wichtige Relativierung vor, die wirklich sehr entscheidend ist. Er sagt nämlich, dass nicht alle Menschen gleich sind. Also es sind nicht alle Menschen Machttiere. Zu dem Ergebnis kommt auch die amerikanische Psychologin Michelle Wirth aus Michigan. Sie teilt nämlich eine Versuchsgruppe in zwei Gruppen auf, in Personen mit großem und geringem Machtbedürfnis und lässt die Probanden anschließend in einer Spielordnung gegeneinander antreten. Sie mussten vorher und nachher eine Speichelprobe abgeben, um den Cortisolgehalt im Buch Blut zu bestimmen. Das Ergebnis war, bei Menschen mit ausgeprägtem Machtbedürfnis sank der Cortisolwert, der ein Indikator für Stress ist, drastisch, wenn sie gewonnen hatten. Nach einer Niederlage aber stieg er rasant nach oben. Bei den weniger Machtbewussten waren die Ausschläge sehr gering. Das heißt, da muss es etwas geben, was physiologische Grundlagen hat. Das bedeutet aber alles nur eins, nämlich, dass nicht jeder gleich reagiert auf Machtsituationen und hier sprechen sozialpsychologische Theorien von einer individuellen Disposition, die ein jeweils unterschiedlich ausgeprägtes Machthandeln bei Einzelnen nach sich zieht. Einfacher gesagt, manche Menschen ordnen sich verhältnismäßig gern unter und andere Menschen können es nicht ertragen, sich unterzuordnen. Manche Menschen sind von Machthabern fasziniert. Das kennen wir auch selbst. Natürlich, gerade die mediale Dimension spielt ja eine große Rolle. Andere sind von Machthabern angewidert. Allerdings findet es fast jeder erstrebenswert, mächtige Freunde und mächtige Verbündete zu haben. Mächtige Freunde sind super. Mächtige Freunde sind wie große Brüder oder wie große Schwestern. Von denen versprechen wir uns Schutz und Sicherheit. Das ist ein großes Thema in der Literatur und im Film. Und Sie kennen es natürlich auch persönlichen Erfahrungen. Ich möchte an dieser Stelle eine besonders reichhaltige Quelle nennen, nämlich das Alte Testament. Das Volk Israel sucht immer wieder den Beistand Gottes, vor allem in Zeiten der Bedrohung, in der Bedrohung durch Feinde oder im Exil. Und nicht zufällig wird Gott im Alten Testament, das klang gestern Abend schon an, der Allmächtige genannt. Es gibt, er gibt seinem Volk, sich als mächtiger Gott zu erkennen. Nicht zuletzt im Kampf mit seinen Feinden, mit den Feinden Israels. Und seine Versprechen sind Versprechen des Schutzes und des Beistandes, wie es sehr schön im Psalm 23 zum Ausdruck kommt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist das, worum es geht. Man muss sich in seiner Gegenwart nicht fürchten. Im Neuen Testament kommt ein ganz anderes Moment dazu, denn durch den Tod Jesu am Kreuz enthält das Bild Gottes auch einen Moment des Leidens, also der Schwäche und der Machtlosigkeit. Trotzdem ist das Vertrauen in die Macht Gottes ein Bestandteil der Kreuzestheologie des Neuen Testamentes. Diese theologische Dimension ist ein Thema, das morgen noch auf dem Programm steht. Interessant ist es, das möchte ich noch sagen, im Blick auf die Kirchenpraxis, weil das Thema in der Kirche bis vor kurzem umgangen und tabuisiert wurde. Inzwischen hat hier aber eine drastische Veränderung eingesetzt. Diese Tagung, das zeigt eine große Zahl von Publikationen, die sich diesem Thema widmen. Also ich möchte hier nur einen kleinen Bereich nehmen, die Liturgiewissenschaft, wo es eine große Zahl von Publikationen von Karl Gabriel, von meinem Kollegen Benedikt Kahnemann aus Erfurt, von Steffen Kopp, von Stefan Böntert, von Michael Seewald und Gregor Maria Hoff gibt. Also jeweils Publikationen, die sich der dezidiert der Frage widmen, welche Rolle spielt eigentlich die Macht in der Liturgie und welche Macht wird von der Liturgie sozusagen fortgeschrieben, welcher Machtanspruch. Der unmittelbare Anlass für diese ganze Wende sind natürlich die Enthüllungen des erschütternden Machtmissbrauchs innerhalb der Kirche und dabei sind die Positionen gegenüber der Macht nach wie vor sehr, sehr unterschiedlich. Also in der Theologie wird die Macht sehr, also mehrheitlich kritisch betrachtet. Vom biblischen Befund her ist es jedoch zu eindimensional, wie der Theologe Reinhard Feldmayer sagt. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Auch in den Sozialwissenschaften sind die Positionen zur Macht sehr geteilt. Es gibt Anhänger, es gibt Ankläger der Macht, die von der Dämonie der Macht sprechen und es gibt auf der anderen Seite auch Lobredner der Macht, die mit der Macht scheinbar verheiratet sind. Die Frage ist, woher kommt der Antagonismus? Er beruht natürlich darauf, dass die Erfahrungen mit der Macht sehr unterschiedlich sind und auch darauf, dass die Macht sehr unterschiedliche Erscheinungsformen hat. Es gibt im Grunde nicht die Macht, obwohl wir von der Macht sprechen und ich auch im Folgenden von der Macht spreche. Das hat mit unserer Sprache zu tun, die zwingt uns zu Vereinfachungen. Also auch zum Beispiel zwingt sie uns dazu, aus pragmatischen Gründen im Singular zu sprechen, obwohl der Singular vielleicht unangebessen ist. Also wir sagen auch der Mensch, obwohl es den Menschen vermutlich nicht gibt. Das macht ein sehr zweischneidiges Phänomen, es hat sehr und sehr viele Geschichte hat, das spiegelt sich in der Literatur, in der Kunst und auch im Film und wird dramaturgisch meistens in Form von einem kosmischen Dualismus umgesetzt, nämlich dass es eine helle Seite der Macht gibt, die das Gute, repräsentiert und eine dunkle Seite der Macht, die böse ist und destruktiv und die im Kampf liegt mit der hellen Seite der Macht. Und ich möchte ein prominentes Beispiel nennen, nämlich Star Wars. Also Star Wars kennen die meisten von Ihnen, dann kennen Sie auch Darth Vader und der nämlich die dunkle Seite der Macht verkörpert und Sie kennen auf der anderen Seite die Jedi-Ritter, nämlich Luke Skywalker und Obi-Wan, Kenobi und Qui-Gon Jinn, die für das Gute kämpfen und die sich hier sehen können, jedenfalls zwei von Ihnen und die für das Gute kämpfen und wie der Kampf ausgeht, ist noch nicht entschieden. Also die helle Seite der Macht gefällt uns allen gut. Sie sorgt dafür, dass die Dinge gut laufen, dass wir uns in Sicherheit fühlen und dass wir nicht übereinander herfallen. Thomas Hobbes, mit dem die neuzeitliche politische Philosophie beginnt und auch der erste neuzeitliche Denker der Macht ist, der hat das sehr eindrücklich, vermutlich eindrücklich als niemand sonst beschrieben, nämlich in Form einer politischen Metapher und zwar der Metapher des Leviathan. Also ein Bild, das er aus dem Alten Testament entlehnt, aus dem Buch Hiob und er publiziert sein gleichnamiges Buch, also den Leviathan, im Jahr 1651, also kurz nach Ende des Englischen Bürgerkriegs. Dieser Leviathan ist bei Hobbes eine Metapher für den Staat. Also eine sehr, also damals noch nicht richtig existente, aber sich herausbildende Institution, die sich dadurch auszeichnet, dass sie den mörderischen Bürgerkrieg beendet, also den unentscheidbaren Kampf um die Wahrheit in den konfessionellen Bürgerkriegen in Europa und die Menschen einer Zentralgewalt unterwirft. Und das heißt, einer Gewalt, die die Gewalt monopolisiert. Sodass man, dass die Fede abgeschafft wird, dass man nicht mehr sich selbst Recht schaffen kann, das Recht verschaffen kann durch persönliche Gewaltanwendung. Eine Gewalt, die dafür sorgt, dass man anschließend in Sicherheit lebt, zumindest im Prinzip und ohne Angst um Leib und Leben von A nach B reißen kann, was in der damaligen Zeit vorher überhaupt noch nicht selbstverständlich war. Durch Hobbes wird die Sicherheit zu einem großen Thema in der neuzeitlichen politischen Philosophie und es ist seither immer geblieben, Sicherheit gehört zu den Dingen, nach denen sich die Menschen am meisten sehnen. Das zeigen demoskopische Daten, das zeigen soziologische Befunde und ich würde noch ergänzen, dass die Sicherheit eng mit der Macht verflochten ist, denn wir sind immer bereit, dann Macht zu akzeptieren, wenn sie uns Sicherheit gibt. Das ist so eine Art Tauschgeschäft. Wenn das menschliche Zusammenleben durch Machtbeziehungen geprägt ist, dann liegt die Vermutung nahe, dass es mit der menschlichen Natur zu tun hat. In der Soziologie kann man das als herrschende Meinung bezeichnen, dass die Macht den Charakter menschlicher Vergesellschaften von Grund auf prägt. Das ist der Befund von dem Freiburger Soziologen Heinrich Popitz, der hier ganz in der Nachbarschaft wohnte, kein 100 Meter von hier. Diese Beobachtung finden wir bei sehr unterschiedlichen Vertretern in der politischen Wissenschaft, in der Soziologie befinden sich bei der deutsch-amerikanischen Politologin Hannah Arendt, auf die ich nochmal zurückkomme, und bei dem Systemtheoretiker Niklas Luhmann. Das ist aber keine neue Erkenntnis, denn sie reicht bis weit in die Antike zurück. Sie findet sich schon bei dem griechischen Historiker Tokididis, also 400 vor Christus, und zieht sich seitdem wie ein roter Faden durch die Geschichte des politischen Denkens. Am lautesten und am wirkungsmächtigsten rühmt Nietzsche, die den Grundtrieb nach Macht. Und er formuliert ein Willen zur Macht, also der zu einem geflügelten Wort wird, und den er als Grundlage der menschlichen Existenz sieht. Und an Nietzsche anknüpfend rubriziert Sigmund Freud, also der Begründer der Psychoanalyse, diesen Machttrieb unter die Partialtriebe und rückt ihn ganz auf die dunkle Seite, wenn er ihn mit dem Destruktionstrieb in einem Atemzug nennt. Also für Freud gibt es nur eine dunkle Seite der Macht. Am prominentesten werden die negativen Wirkungen der Macht im 19. Jahrhundert von den britischen Historiker und Politiker Lord Acton formuliert. Lord Acton sagt mit einem sehr berühmt gewordenen Satz Power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Dieser Satz ist weltberühmt. Und wenn Sie über Google eingeben, kriegen Sie 100.000 Treffer, und zwar jeweils in unterschiedlichen Sprachen, auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und so weiter. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass dieser Satz auf den Papst gemünzt war. Er stammt aus einem Briefwechsel zwischen Lord Acton und Mandel Crichton, einem britischen Historiker, der eine fünfbändige Geschichte des Papsttums publiziert hatte, die Lord Acton vernichtend rezensiert hatte. Also er war ein begnadeter Journalist und Rezensent und er hat sie so vernichtend rezensiert, dass Mandel Crichton ihm die Freundschaft angeboten hat. Und daraufhin entspinnt sich ein Briefwechsel, der mehrere Briefbände umfasst. Und in diesem Briefwechsel geht es darum, dass Mandel Crichton die Machtstellung des Papstes, die absolute Machtstellung legitimiert. Und Lord Acton sagt falsch. Gerade denjenigen, die diesen Anspruch haben, muss man besonders auf die Finger sehen. In der Moderne hat sich nichts allgemeiner durchgesetzt, als die Überzeugung, dass Macht korrumpiert. Also die Moderne ist dem Grunde Lord Acton gefolgt. Dahinter steht die historische Erfahrung, dass Menschen sich negativ verändern, wenn man ihnen Macht gibt. Und dass sie sich noch negativer verändern, wenn man ihnen absolute Macht gibt. Beispiel dafür kennen Sie alle, das kennt, um von meinem Bereich zu sprechen, kennt jeder, der an einer Universität sich aufhält. Aber auch aus Betrieben und persönlichen Beziehungen und Unternehmen. Also das ist eine häufig gemachte Erfahrung. Es ist aber falsch, die Macht von vornherein, also ich spreche jetzt wieder im Singular, die Macht von vornherein auf, sagen wir mal, auf die böse Seite zu rücken. Oder auch nur sie in eine binäre Struktur zu pressen, also gut versus böse. Denn die Macht an sich ist weder gut noch böse. Wie Karl Schmitt in seinem Gespräch über die Macht schreibt, er sagt, sie ist an sich neutral. Sie ist das, was der Mensch aus ihr macht. Und im Blick auf das Verhältnis von Macht und menschlicher Natur ist das eine sehr wichtige Feststellung. Es kommt immer darauf an, was der Mensch daraus macht. Also wenn es nicht die Macht gibt, sondern sehr disparate Formen von Macht, dann müssen wir natürlich fragen, welche Formen von Macht sich hier unterscheiden lassen. Und ich will Ihnen einige Unterscheidungen vorstellen, die wichtigsten, wie ich glaube. Jede wissenschaftliche Auseinandersetzung beginnt mit der Frage oder beginnt mit Unterscheidungen. Also es beginnt damit, dass man die Dinge sortiert. Wenn man keine Unterscheidungen trifft, dann kann man auch nichts erkennen. Und auch kein, geschweige denn, Aussagen treffen. Und so ist es auch beim Thema Macht. Wenn wir uns die Unterscheidungen ansehen, die in den Sozialwissenschaften zwischen den verschiedenen Machtformen getroffen werden, dann sehen wir, dass hier die dualen Modelle dominieren. Also meistens dominieren Modelle, in denen zwei verschiedene Formen von Macht unterschieden werden. Und die prominente Unterscheidung ist die der amerikanischen Politologin Hannah Petkin. Sie unterscheidet zwischen Power Over und Power To. Power Over ist die Macht, die über andere ausgeübt wird. Und Power To ist die Macht, aus eigenem Vermögen heraus etwas zu tun. Diese Unterscheidung ist sehr prominent. Es gibt kaum ein Buch über Macht, wo sie nicht zitiert wird. Aber sie hat einen Nachteil, nämlich dass sie nicht trennscharf ist. Das Problem besteht daran, dass Power Over nur wirksam sein kann, wenn das entsprechende Positional schon vorhanden ist. Ein Zweiermodell wählt auch der amerikanische Politologe Joseph Nye, also Professor für internationale Beziehungen. Er unterscheidet in der internationalen Politik zwischen Soft Power, die ihre Ziele durch Verhandlungen und durch Diplomatie durchsetzt, und einer Hard Power, die ihre Ziele mit Zwangsmitteln durchsetzt, also mit militärischer Gewalt. Auch mit dieser Unterscheidung ist viel gewonnen. Sie ist für die Wissenschaft der internationalen Beziehungen grundlegend. Und sie spielt auch gegenwärtig eine große Rolle in den Diskussionen um den Ukraine-Krieg, um die Frage, wie sich die Staaten hier positionieren. Die für mich wichtigste Unterscheidung ist die von Heinrich Popitz. Er unterscheidet vier anthropologische Grundformen von Macht. Erstens die Verletzungsmacht, die jedem Menschen offen steht. Also er sagt, auch der Schwächste kann den Stärksten töten. Auch da kann man das alte Testament heranziehen. David und Goliath, die Verletzungsmacht. Dann die instrumentelle Macht, die auf Ressourcen beruht, und zwar auf Ressourcen des Belohnens und Strafens. Und auf diese Weise ihre Ziele durchsetzt. Dann die autoritative Macht, die auf freiwilliger Gefolgschaft beruht. Und die es gar nicht nötig hat, mit äußeren Vorteilen oder Nachteilen zu operieren. Und schließlich die datensetzende Macht. Das ist die Macht, die die Machtausübung dauerhaft perfektioniert und erweitert. Auch mit diesem Modell wurden ganz neue Perspektiven in der Machtforschung eröffnet. Vor allem was die datensetzende Macht angeht. Aber auch schon diese Frage der autoritativen Macht. Wir können hier eine Zwischenphase ziehen, nämlich, dass verschiedene Erscheinungsformen von Macht zu unterscheiden sind. Dass es nicht die Macht gibt, sondern dass wir es mit sehr disparaten Formen zu tun haben. Und das macht es nicht einfach, generelle Aussagen zu treffen über das, was Macht ist. Schon die bunte Verschiedenheit von Machtbegriffen, also von Max Weber, auf den ich noch zurückkomme, Hannah Arendt, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, bis hin zu Niklas Luhmann und Heinrich Popitz, könnten den Eindruck entstehen lassen, dass hier eigentlich jeder von etwas anderem spricht. Diese Disparität ist natürlich ein Ausdruck der großen Verschiedenheit der Machterscheinungsformen, die sich ja auch, man kann ja auch ein Kontinuum annehmen, die sich steigern können. Also von subtiler Beeinflussung über die dirigistische Steuerung bis hin zu nackter Gewalt. Und entsprechend disparat sind auch die Theorien der Macht, also von den eher gesellschaftskritisch linken Theorien der 70er Jahre bis über die postmodernen Theorien und die systemtheoretischen Ansätze der späten 70er und der 80er Jahre bis hin zu den stark normativ geprägten feministischen Ansätzen, auf die ich noch zurückkomme. Dennoch bleibt die Frage, ob sich nicht allgemeine Aussagen über das Verhältnis von Macht und menschlicher Natur treffen lassen und dabei ist zunächst die Feststellung wichtig, dass Macht etwas Fluides ist und etwas Relationales, also dass sie das Verhältnis zwischen Personen beschreibt. Das ist jetzt nicht das, was alle sagen, sondern das ist der Weg, den ich jetzt im Folgenden einschlagen werde, dass Macht etwas, eine Beziehung zwischen Menschen ist und zwischen Personen ist. Das kommt am klarsten in der weltweit berühmtesten Machtdefinition zum Ausdruck, nämlich in der Machtdefinition von Max Weber, von dem gestern Abend schon die Rede war, nämlich er sagt, Macht ist die Chance, in einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Gleich viel, worauf diese Chance beruht. Hier haben wir es mit der international wirkungsmächtigsten und populärsten Machtdefinition zu tun, die weltweit die Machttheorie dominiert. Bei der Vorbereitung der letzten Auflage von meinem Machtbüchlein, also Theorie in der Macht zur Einführung, habe ich eine systematische Auswertung der internationalen Literatur versucht und festgestellt, dass in der Tat fast alle Studien zum Thema Macht bei Max Weber ansetzen. Nicht immer positiv, manche grenzen sich auch von ihm ab, aber doch mit einer überwältigenden Mehrheit. Und dieser enorme Rezeptionserfolg ist umso verblüffender angesichts der Tatsache, dass sich Max Weber's Machttheorie auf diesen einen Satz beschränkt. Nachdem er diesen Satz hinschrieben hat in den soziologischen Grundbegriffen, wechselt er das Thema und schreibt über ganz andere Dinge. Schaut man sich Weber's Machtdefinition genauer an, dann stechen vier Kriterien hervor, nämlich erstens die Chance, ein typisches Wort für Weber, ein Wort, das die Gradualität der Macht zum Ausdruck bringt, nämlich dass sie nicht einem binären Code unterliegt, also dass es nur zwei Zustände gibt, nämlich Macht auf der einen Seite und Ohnmacht auf der anderen Seite. Das ist ein gleitendes Phänomen, das sich auch in einer Skala bewegt. Das ist auch in historischer Hinsicht natürlich wichtig, weil es zum Ausdruck bringt, dass die Macht nicht einfach da ist, dass sie sie plötzlich vorfinden, sondern dass sie entsteht. Also die autoritative Stellung des Papstes ist nicht von heute auf morgen entstanden und ein machtvoller Staat wie Preußen ist nicht von heute auf morgen entstanden, sondern es war ursprünglich mal ein winziger Fleck auf der Landkarte und breitete sich anschließend aus. Also das ist, denke ich, ein wichtiges Element. Das zweite Element ist die soziale Beziehung, das betont bei Weber den personalen Charakter der Macht und dass sie nichts Abstraktes ist, das irgendwo im gesellschaftlichen Geflecht existiert. Das ist eine Vorstellung, die durch Foucault in die Theorie gebracht worden ist, auf die ich zurückkomme, sondern dass sie etwas ist, was zwischen Menschen sich ereignet. Das dritte Element ist der eigene Wille, das unterstreicht das intentionale Element der Macht. Und das bedeutet, wer keine Macht will, kann auch keine Macht ausüben. Und auch das hat Frau Florin gestern Abend schon erwähnt, also wenn immer dann, wenn Ihnen jemand sagt, ich weiß gar nicht, wie ich zu dieser Machtposition gekommen bin, man hat mich gefragt und schon war ich mächtig. Das ist natürlich immer nicht die ganze Wahrheit. Also dieses mit dem eigenen Willen, dieses intentionale Moment, das ist natürlich ein nizianisches Motiv. Das vierte Element ist das potenzielle Widerstreben, das auch interessant ist, weil das Machtverhältnis eben auch ohne meine Zustimmung existieren kann. Weber vertritt also ein handlungsorientiertes, personalistisches Machtverständnis. Macht ist nichts, was man haben kann oder was man besitzen kann, sondern sie entsteht im Handeln und bleibt an das Handeln gebunden. Diese Sichtweise hat später die deutsch-amerikanische Politologin Hannah Arendt radikalisiert. Sie sagt, Macht besitzt eigentlich niemand. Sie entsteht zwischen Menschen. Wenn sie zusammen handeln und sie verschwindet, sobald sich die Menschen wieder zerstreuen. Sie sehen, dahinter steckt auch eine eigene Anthropologie, also auch ein sehr spezielles Machtverständnis. Das Macht verschwindet, sobald die Menschen sich wieder zerstreuen. Hier kann man natürlich Widerspruch anmelden und das bestreiten, denn ich würde sagen, das Macht natürlich nicht verschwindet, wenn die Menschen sich wieder zerstreuen. Denn es gibt Machtstrukturen, die bleiben, die dauerhaft sind, die positionalisiert sind. Also es gibt Apparate der Macht, die auch dann weiter existieren, wenn Menschen sich zerstreuen. Fasst man das bisher Gesagte zusammen, dann könnte man Macht als die Chance verstehen, die Dinge nach seinen eigenen Vorstellungen zu beeinflussen. Und in diesem Sinne versteht Weber auch die Macht als Grundprinzip der Politik. Er definiert Politik als das Streben nach Machtanteil oder nach Beeinflussung der Machtverteilung. Und damit bin ich beim vierten Punkt. In der Politik treten die Phänomene der Macht besonders konzentriert auf. Also wer setzt sich in der Partei durch, wer setzt sich in den Koalitionsverhandlungen durch, wer setzt sich im Kabinett durch. In der Innenpolitik bekommen wir seit Monaten davon ein sehr anschauliches Bild in Gestalt der Ampelkoalition, die diese Frage nicht entschieden hat. Also wer sich zu welchen Fragen durchsetzt, das ist ungeklärt. Und das ist ein Problem. Es ist ein so großes Problem, dass laut der letzten Einsbach-Studie über 40 Prozent der Bundesbürger für Neuwahlen sind. Weil sie sagen, es geht so nicht weiter. Das ist ein Machtgesichtspunkt. Das Spezifikum politischer Macht ist, dass sie eine kollektiv verbindliche Form annimmt, annehmen sollte. Politik ist das Formulieren von kollektiv verbindlichen Entscheidungen, wie Niklas Luhmann gesagt hat. Und das ist ohne entsprechende Macht nicht möglich. Das ist der triviale Grund dafür, weshalb politische Fragen immer Machtfragen sind. In der Politik stellt sich besonders deutlich die Frage, welche Rolle die Macht im menschlichen Zusammenleben spielt. Dabei wird oft in den Sozialwissenschaften die funktionale Dimension der Macht hervorgehoben. als es Macht ein notwendiges Element der Stabilisierung von gesellschaftlichen Beziehungen ist. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, könnte man mit Heinrich Popitz sagen, dass politische Ordnungen in der Lage sein müssen, Macht zu konzentrieren, um sich nach außen schützen zu können. und nach innen die Konflikte, die es ja immer gibt, zwischen Mitgliedern eindämmen zu können. Das bedeutet, also wenn man dem folgt, würde man sagen, politische Gemeinschaften sind auf Macht angewiesen. Auch wenn Niklas Luhmann, also ein Systemtheoretiker, hat machtstabilisierende Wirkung, weil sie politische Entscheidungen ermöglicht. Und hier spricht er als Systemtheoretiker, weil sie die Kommunikation zwischen den Systembestandteilen reguliert und das System nach außen schützt. Das gilt für Luhmann für alle Systeme, also für die Ökonomie, für die Wissenschaft, für die Politik und, und, und. Zu den funktionalen Eigenschaften der Macht zählt er die Fähigkeit, Entscheidungsfähigkeit herzustellen. Das bedeutet, Macht hat für ihn eine entlastende Wirkung. Weil es viel zu aufreibend wäre, jeweils neu auszuhandeln, wer, wann, was, wem zu sagen hat. Das wäre jedenfalls sehr anstrengend. Und Hannah Arendt ist noch einen Schritt weitergegangen. Für sie ist die Macht sogar eine Existenzbedingung der Politik. Sie sagt, was einen politischen Körper zusammenhält, das ist sein jeweiliges Machtpotenzial. Und woran politische Gemeinschaften zugrunde gehen, ist Machtverlust. Macht ist das, was im öffentlichen Bereich überhaupt ins Dasein ruft und am Dasein erhält. Also, hier klingt etwas an, das mit Heidegger zu tun hat. Heidegger und Hannah Arendt begegnen sich in Freiburg. Und man könnte noch einen Schritt weitergehen. Also ich habe jetzt die freiburgischen Belange in vielen Fällen ausgeklammert, weil das ja nicht so entscheidend ist, aber hier muss man es vielleicht doch sagen. Man muss aber hinzufügen, dass Hannah Arendt ein sehr spezielles Machtverständnis hat. Macht ist für sie die Fähigkeit, mit anderen sich zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln. Die Fähigkeit, sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln, das ist ein ganz anderes Machtverständnis. Daher widerspricht sie auch der herrschenden Sichtweise, dass Gewalt eine Form von Machtausübung ist und sie vertritt demgegenüber die genau gegenteilige These, nämlich, dass Gewalt gar keine Form von Macht ist. Und dass sie sogar inkompatibel sind. Sie sagt, Macht und Gewalt sind Gegensätze. Wo die eine herrscht, ist die andere nicht vorhanden. Macht ist vielmehr dort am stärksten, wo sie ganz ohne Gewalt und Gewaltdrohung auskommt. Auch das ist eine steile These, die natürlich auch Widerspruch gefunden hat. Es gibt gute Gründe, auch hier zu widersprechen. Und ich vermute mal, auch die meisten von Ihnen würden sagen, dass natürlich Gewalt eine Form und Gewaltanwendung eine Form von Macht ist. Also natürlich eine sehr wenig erstrebenswerte und extreme Form von Macht. Einen ganz anderen Weg schlägt der französische Philosoph Michel Foucault ein. Und für ihn ist Macht nichts Asymmetrisches, also ein Verhältnis zwischen einem, der befiehlt und einem, der gehorcht. Und es ist überhaupt kein Verhältnis zwischen Personen. Für ihn ist Macht überall. Und damit komme ich zum fünften Schritt. Für Foucault ist die ganze Gesellschaft ein einziges Machtfeld, den man nicht entrinnen kann. Für ihn ist die Macht im wahrsten Sinne des Wortes total. Er glaubt, dass die Machtbeziehungen sich im gesamten gesellschaftlichen Geflecht befinden. Und zwar auch in den Körpern der Menschen befinden. Foucault gewinnt seine Beschreibungen zumeist aus kleinteiligen Beobachtungen, aus den Akten von Gefängnissen und Psychiatrien und Kliniken. Und er projiziert die dort gewonnenen Beobachtungen auf die Gesellschaft. Das ist natürlich methodisch angreifbar. Und wurde von Autoren wie Hans-Ulrich Wähler oder Jürgen Habermas auch sehr scharf als Charlatanerie kritisiert. Foucault glaubt, dass die Machtform, wie er sie in den Kliniken und Psychiatrien beobachtet hat, sich über die ganze Gesellschaft ausgebreitet haben. Und zwar in Gestalt der sogenannten Pastoralmacht. Das Wort Pastor bedeutet Hirte. Also es ist so etwas wie Hirtenmacht. Eine Macht, die das Gewissen der Individuen als innere Kontrollinstanz aufbaut, um sie zu disziplinieren. Foucault beschreibt die Gesellschaft als eine sogenannte Disziplinargesellschaft, die aus einem großen Kerker-System besteht. Also dass die ganze Gesellschaft ein Kerker ist, das ist natürlich eine sehr starke Formulierung, die auch entsprechend starken Widerhall gefunden hat. Also Foucault ist neben Weber der populärste Autor in der Machttheorie und ist überhaupt ein sehr populärer Denker, dessen Werke sehr hohe Auflagen haben und der sehr starken Einfluss genommen hat auf die Philosophie und die Sozialwissenschaften. Also später, in seinen späteren Jahren, hat Foucault eine ganz andere Richtung eingeschlagen und sagt, dass die Macht etwas Produktives ist. Und er stellt die positiven Maschen der Macht, wie einer seiner letzten Aufsätze heißt, heraus und er verspottet diejenigen, die immer noch glauben, dass die Macht repressiv sei und er kommt jetzt zu anderen Schlüssen. Er sagt, die Macht ist ein Spiel ungleicher Beziehungen. Und das Wort Spiel ist hier entscheidend. Er sagt, man muss damit aufhören, die Wirkungen der Macht immer nur negativ zu beschreiben, als ob sie ausschließend unterdrücken würde. In Wirklichkeit ist die Macht produktiv. Macht über einen anderen auszuüben, ist nichts Schlechtes. Es ist Teil der Liebe, der Leidenschaft und der sexuellen Lust. Der letzte Satz passt jetzt nicht mehr auf die Formel, sonst hätte ich das Gesicht überschreiben müssen. von Foucault. Sie sehen, das ist eine ganz andere Art von Anthropologie. Die Frage nach der Macht erhalten wir bei Foucault sehr, also ich habe es nicht nachgezählt, aber es müsste ungefähr ein Dutzend verschiedener Definitionen sein. Sie sind im Blick auf die Frage der menschlichen Natur sehr interessant, weil sie verdeutlichen, dass Macht ein inneres Geschehen sein kann. Wenn wir von einem Gewissen regiert werden, wenn wir unser Gewissen als eine innere Kontrollinstanz aufbauen, dann hat das mit Macht zu tun, auch wenn man daraus vielleicht andere Schlüsse als Foucault ziehen würde. Man müsste Foucault eigentlich hier kontrastieren mit einem anderen Denker, Norbert Elias, und seiner Studie über den Prozess der Zivilisation, wo er genau das auch beschreibt, nämlich den Prozess der sogenannten Sozialdisziplinierung, der er so im ausgehenden Mittelalter einsetzt und der zur Folge hat, dass wir uns unter Kontrolle haben, dass wir unsere Affekte zügeln, dass wir nicht übereinander herfallen. Und das beschreibt Elias an ganz vielen verschiedenen Sparten, die er so beobachtet in der mittelalterlichen Literatur und frühneuzeitlichen Literatur, und er sieht das als etwas Positives. Also es ist gut so, dass wir unsere Affekte unter Kontrolle haben. Zu den Theorien, die auf die Totalität der Macht zielen, gehören auch die feministischen Machttheorien. Auch hier zeigt sich die Zweischneidigkeit der Macht, die in diesem Fall darin liegt, dass die Macht einerseits als Unterdrückung und andererseits als Empowerment, also als Ermächtigung, beschrieben wird. In diesem Sinne plädiert vor allem die amerikanische Psychoanalytikerin Jean Baker Miller dafür, Macht nicht als Unterdrückung zu verstehen, sondern als eine Fähigkeit, Veränderung herbeizuführen. Also das ist schon so ein bisschen an Hannah Arendt angelegt. Dabei rückt Miller allerdings die repressiven Formen der Macht nur auf die männliche Seite. Und eine Deutung, die in der neueren Literatur zurückgewiesen wird, im Mittelpunkt feministischer Ansätze steht die Beschreibung des Geschlechterverhältnisses als ein Machtverhältnis. Zum Beispiel bei der amerikanischen Philosophin Amy Allen. Die feministischen Machttheorien sind insgesamt stark normativ geprägt, weil sie nicht nur die Dinge beschreiben, sondern Kritik üben an den Geschlechterverhältnissen. Dabei orientieren sich die poststrukturalistischen Ansätze unter den feministischen Machttheorien oft an Foucault, also eigentlich sogar in der Regel an Foucault. Sie knüpfen insbesondere an seine Formel der Subjektivierung an und an seine Deutung, dass Macht überall ist und den gesamten menschlichen Körper durchdringt und auch die menschlichen Körper durchdringt. Und hier ist vor allem die amerikanische Philosophin Judith Butler zu nennen. Sie folgt Foucaults Theorie, dass die Subjekte mit ihrer Unterwerfung durch die Macht erst definiert werden. Wobei das etwas ist, was nicht nur im Englischen, man so, also wo das Wortspiel funktioniert, dass das Wort Subjekt und Subjection übereinstimmt, was man im Deutschen nicht so rüberbringen kann. Also sie werden dadurch erst definiert und konstituiert, weshalb die Subjektivierung zugleich eine Unterwerfung ist. Dieses Wort der Subjektivierung ist ja umstritten und viele haben gesagt, ja, das kann sie eigentlich gar nicht so richtig erklären und bleibt auch bei Foucault unklar, was das eigentlich zu bedeuten hat. Für Butler ist das Entstehen von Subjektivität unweigerlich an die gesellschaftlichen Machtbeziehungen geknüpft. Die Subjektivierung, die Subjektwerdung setzt voraus, sich den Verhältnissen zu unterwerfen. Auch die Herausbildung geschlechtlicher Identität beruht darauf, dass man sich im gesellschaftlichen Machtfeld verortet. Auch das, eine sehr einflussreiche Theorie, die Problematik liegt aber darin, für meine Begriffe, dass sie voraussetzt, dass es so etwas gibt wie die Macht. Und die Frage ist, wo sitzt dann die Macht, die dann die Subjekte unterwirft. Damit bin ich am Schluss und zu einem knappen Fazit in drei Punkten. Erstens ist Macht ein konstitutives Element menschlichen Zusammenlebens. Zweitens gibt es nicht die Macht, sondern wir müssen verschiedene Formen von Macht unterscheiden. Und drittens ist Macht ein funktionales Element menschlicher Ordnungen, weil sie diese Ordnung erst in die Lage versetzt, sich nach außen schützen und nach innen Konflikte eindämmen zu können. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.